wir haben extra meine batterien geladen ja ich habe auch extra mein controller vor uns geladen als ich es gelesen habe ich bin voll vorbereitet es gibt immer eine runde zuerst jetzt immer ach so ja jetzt ist das spiel zu leise was ist denn hier los ich glaube johnny muss die regeln einstellen oder wer stimmt die regeln johnny die regeln ich muss los das zählt ja wenn du jetzt hier mit dem unverwundbarkeitsbohrer ankommst von johnny es darf alles eingesetzt werden gibt ja keine regeln von johnny sag ich doch noch ach so von johnny ja seht ihr wie gut johnny einfach ist ach komm unfair da oben lang ein controller ist ausgegangen seht ihr das ich dachte du hast sechs über team geladen ja habe ich aber der hat wie lange ich bin alles gut ach warte mal kurz ich glaube da ist das ding bisschen locker ist der andry jakob ja jetzt erzähl einfach mal einen neuen controller vorhin welches ich glaube ich hätte mir einfach anstatt oh das war ja das wollte jetzt da gewinnen können johnny ich darf den einfach nicht schütteln oder hat jemand noch 360 controller über ich habe nur 360 controller ich glaube über ist das wichtig geworden ich habe uns getroffen aber ich bin absprich aber ich kann doch wiederholen das stimmt doch warum machst du das johnny das haben wir auch richtig vor gehört das ist schon du musst da auch runter johnny das ist schon ja du musst da einfach so scheiß spielen johnny ist nicht gut in dem spiel ich will so map gut ok was ich will so map gut mach mal eine andere map das kommt ja ach komm wieso wieso ich habe wieso setze ich den jetzt hier ein das ist aber ein wachs ausgebremst eigentlich ich krieg den schwung ja auch nicht ich will das nicht mehr fühlen ich will das nicht mehr fühlen wobei weiß man eigentlich wie lang wie lang dieser spielgegabe ist ich kann dir selbst was legen mit der mich mit der mich mit der mich was drückt ich hab noch zwei hier ist die nein weg mit dir weg mit dir oh ich habe unter und back als vorrat weg mit jacob weg mit jacob vorrat wäre es kein cheater du kannst dir nicht auszählen du kannst dir gar nicht dich beschweren weg mach jacob aus dem rennen raus ne jacob kommt immer auch du bist hoch mit dem Richard ist das Richard ist das Richard ist das Richard ist das auch da Richard klaut meine Charaktere jedes Mal Richard was machst du das macht Richard immer so das ist sehr gut ok das ist ja hab ich die Hexe entdeckt dahin richten noch die Hexe in welchen Kistenmann ich picke dann picke ich schon immer die Kistenmann auch weg ne ich picke immer nur die Katze ne du kannst du nicht kennst Richard 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 ah das wird mir Richard ich weiß du bist auch bei so neuen Charaktieren Klaus ich weiß nicht wie man das eigentlich hier macht wo ist jacob eigentlich so schnell weil er den Sheet-Boss äh den Sheet-Knopf gedrückt hat diesmal weg mit euch allen doll warum Johnny jauuu er wird nie zu gut in diesem Spiels der war gut der war gut der war gut ich hab nichts gemacht warte der Polster eben was siehst du nein ne das war meiner du bist ja einfach gegen die Kisten da oben gesprungen Bernie ah oh nein Johnny kannst doch nicht er kaum gewinnen das der hat auch echt gut in diesem Spiel das ist keine Chance gegen sie verlieren Max fährt mal besser ich hab auch schon gewonnen keine Sorge Max fährt mal besser superfan den ich werde haben oh oh schöne Kiste sehr gut Max weiter so hä was ich dachte ich wärs ruhig nein ich hab Johnny getroffen hast du den gesehen mein Abkraller ich wollte da kommen wir sind echt eingerosten ich kann mh superknapp oh oh wieso ist das immer so knapp Richard ich glaub es ist doch gewollt und es doch knapp ist oh du hättest mich da fast runtergeworfen ja das war das Ziel aber durch den Boost bin ich tot ja oh der hat den Boost da so kackt Bussi ich den Boost verkackt ja der ist tot 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 ja de Jakob lebt Nee Ah ah tot oh Gott seva max lebt warum denn ich versteh jetzt echt nicht warum. ich Jamst und double jump wo Max bin ich nicht sicher ob das gereicht hätte wenn ich den Strahl eingesetzt als gehst du gernePoral das war kein Deusen Szekeler das lief nicht von dem você für den Fußball da wurde da muss man nicht lo COLPS dann kannst du das ihr uns highest hö iiit nur amn vergangen dann ist es vorbei, an die Kurve. Richard, warum? Nein! Nein, Schatz, Max! Jetzt oben lang und dann das Ding machen, damit das... Go, Max! Du kannst den Haken... Stark. Glück gemacht, Richard. Nein! Du wolltest aber spannend machen. Jetzt gewinnt Jakob wahrscheinlich. Dankeschön. Wenn mir das ist, ja, sehr gut. Danke, Johnny! Hey, irgendjemand hat meine Bombe kaputt gemacht. Jetzt bekämpfen wir uns gegenseitig und nicht Jakob. Na ja, nein! Ich weiß. Ich weiß nicht, wie viel... Das klingt wohl. Oh, nee! Nee, 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 nee! Komm, wir ran! No! Geil! Er hat einen beiden Brust gesehen. Nee! Verkackt! Oh, richtig aus. Nein! Was ist denn vor, mal, da kommt der Herrkopf! Nein! 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 Was ist denn? Ja, komm! Was haben Sie? Ach so, jetzt viele Sachen entstehen schon, ja? Ähm, also... Wir machen aus... Wir machen durch den Bohr raus, der Bohr raus scheißen. Wir machen natürlich drei Raketen rein. Und wir machen rein... Ne, drei Raketen haben wir nie drin gehabt, aber egal. Ja, deswegen ist ja auch kein, das passt schon. Was bist du? Ach so, ich bin drin. Ich bin drin, ich bin durch. Ähm, ja. Nee, das macht das Spiel zu langweilig. Ich glaube, das... Warum? Ich hab's schon mal probiert. Es gibt da... Es sind überall Raketen, die sind nämlich... Die Map die kaputt in der Zeit. Mach's das für eine dedizierte Map, okay? Ich hab mal eine random aussehen. Oh Gott, was ist mir mehr... Ich hab jetzt nicht gespielt, die Map auf jeden Fall. Ich auch nicht. Die haben wir schon mal gespielt. Wirklich? Ja, safe. Ja, safe. Ja, safe. Oh Gott, so schweig. Nein, warum denn... Das ist so safe. Ach, wirklich. Ich bin in meine eigene Kiste gerannt dadurch. Ich bin in meine eigene Kiste gerannt dadurch. Nein, ich hab losgelassen. Gott, da hinten ist noch ein Boost. Oh, Jolly, macht das gut gerade? Ah ja, die haben wir wirklich schon mal gespielt. Ja, die haben wir schon mal gespielt. Aber... Einmal zweimal. Durch, durch. Ich lebe... Cool. Ich lebe Schwingpassage. Ich hab mir gesagt, Schwingpassage kann nicht getwitzt. Wie soll das denn geben? Ja, man weiß, wie sie funktionieren, ne? Ich hab noch kein einziges Item bekommen auf dieser Map bis jetzt. Ja, Max, dann mach mal. Oh, Jakob, Obecker. Was machst du denn? Nur noch kein Item. Ich bin weg in die Wege kochen auf jeden Fall. Oh, das war ganz klar. Wie bist du denn? Nein. Oh, Max. Ich hab's wieder vergessen. Ich bin schon laut. Nein, warum hat er den schon eingesetzt? Oh, ich weiß nicht, wie die Stelle hier funktioniert. Das weiß niemand. Ich muss den Bus mitnehmen. Ich muss den Bus mitnehmen. Ich muss den Bus mitnehmen. Welchen? Den hier? Jetzt kommt der Top-Lock. Der Top-Lock. No. Nice. Der Gubi, der alter Top-Lock. Der irgendein Glück, dass ich das bekommen habe. Jetzt wird er wieder. Einfach nur cool. Vielleicht hat man jetzt mal was bekommen. Todes-Stacheln. Wuhu. Hallo, ihr zwei Decks und 6 Digger. Mein erstes Item. Nein, warum? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Kann die nicht. Huh. Oh, nee. Ich hab meinen ganzen Boost abgebrochen. Ah, falsche Richtung… Du. Nein, falsche Richtung… Ach, der war schön gemacht, Richard. Ach, der war schön gemacht, Richard. Ich hase diese, ich kriege ich irgendwie hin. Warum bist du das ja? Ich weiß nicht, ich war einmal bei der Stelle, dann wurde ich gehofft und dann war ich nie wieder da. Ach, meine Lieblingsort. Das geht eigentlich nicht, was du nicht legst. Das hab ich mit dir gemacht, um das gewohnt zu sein. Ich muss das ganz gut aushaben, jetzt ist es wieder wieder drauf. Nein! Ah! Da hab ich jetzt wieder getestet. Was mach ich denn? Ich bin gar nicht zu dir. Das muss dann glaube ich passiert. Ich hab den Sprung verpackt. Was? Hier bist du weh. Na gut, dann geh ich halt da jetzt mal rein. Das ist noch ein bisschen sehr sinnlos. Ach, ich bin schon wieder tot. Wir wollen das jetzt durch, ich wollte es nicht tun. Kisten, Johnny, du bist der Kisten, Mann! Ach, der sitzt jetzt sehr krank. Ah, Johnny. Ich hätte dich an einer anderen Stelle rufen sollen. Machst können wir gewinnen. Genau. hast du denn da gemacht schon ich habe noch gewollt